Vor langer Zeit hatte die Zähne da ein Müllers Mann einen Essel. Der hat von morgen früh bis spät die Säcke umgedreht, soviel es noch geht. Mehl hat er geschleppt und manchmal Korn, von Basel bis auf Romanshorn, vom Glarnerland ins Bretigau, auf Olten und auf Dufenau. In Westen, Osten, Süden, Norden, doch langsam ist er älter geworden. Er spürt auf seinen weiten Wegen, er kann nicht mehr so wie früher tragen. Das hat er sein Meister gesehen. Der schimpft und flucht und berühlt. «Hey, so geht es nicht weiter, fuhle Gesell. Du kommst zum Metzger, auf der Stelle!» Jetzt wird dem Essel Angst und bang. Er denkt, da bleibe ich nicht mehr lang. Ich habe gehört von einem alten Bekannten, in Bremen in Deutschland gibt es Musikanten, das sind Tiere. Und die spielen alle Blechinstrumenten. Und es war, dass es gefällt. Ich könnte doch auf das Bremen laufen, mir unterwegs eine Trompete kaufen, dann in Bremen Musikunterricht nehmen und ein Konzert mit der Stadtmusik geben. Musik, so schön, wie sie jetzt erklingt und euch, wenn es klappt, zum Schmunzeln bringt. Musik, so schön, wie sie jetzt erklingt.